Hallihallo Mannschaft-Freunde, ich melde mich hier nochmal ganz kurz in, ich will euch sagen, dass ich es heute leider nicht schaffe, irgendein sinnvolles Video rauszubringen, denn ich arbeite momentan an diesem Frage-Video und das nimmt zu viel Zeit in Anspruch, sodass das erst morgen rauskommt, also das ist irgendwie der Aufwand, der sonst in Videos von drei oder vier Tagen steckt. Und ja, darum sehen wir uns dann morgen bei diesem schönen Frage-Video, wir sehen uns dann, bis denn, ciao, ciao.